Zwei hervorragende Moderatoren vom Bayerischen Fernsehen. Werte Frau Uschi Demmerich von Luttitz, hätten Sie im Moment Zeit und bringen Sie doch Ihren Kollegen, den Christoph Däumlichen, gleich mit. Ja, oder den Jubel der Narren. Guten Abend, Uschi. Däumlich. Entschuldigen Sie vielmals. Madame Shishi war hier drinnen. Leicht verklemmt. Also das ist wirklich nicht lustig, gell? Ja, das ist... Sie hat so eine nette, sympathische Stimme. Dankeschön. Bitteschön. Verehrte Gäste. Lieben Dank. Meine geschätzten Damen und Herren. Herzlichen Dank. Verehrtes Publikum. Draußen Dank. Ich habe mir so ein bisschen was auf den Kopf gehen lassen. Gott sei Dank. Ich wollte nur sagen, zum Abschied könnten wir Herrn Gonzales auch noch singen lassen. Wären Sie einverstanden? Ja. Okay. Herr Gonzales, live für Sie. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt drück doch, du Esel. Das ist echt lustig, gell? Das ist echt enorm. Ich habe das Drücken vergesst. Jetzt gilt's. Wir wollen für Sie quasi ein bauchrednerisches Terzett probieren. Das heißt, die Stimmen kommen von hier, dort sind unsere Schauspieler und die Musik kommt von den Allgäern. Das war's für heut, ihr lieben Leut. Es hat uns gefreut, bei euch zu sein. Es ist vorbei, wir müssen gehen und sagen Tschüss, auf Wiedersehen. Das war's für heut, ihr lieben Leut. Wir lieben Leut. Es hat uns gefreut, bei euch zu sein. Bei euch zu sein. Es ist vorbei, wir müssen gehen und sagen Tschüss, auf Wiedersehen.